Bei Uniqlo kann man seine eigenen T-Shirts drucken. Schätze, ich habe ein Design vorbereitet und das werden wir jetzt hier auf ein T-Shirt drucken. Und dabei könnt ihr mich ernst nehmen. Was lauert diese Scheiße, ey? Hier ist eine ganze eigene Etage mit. Gestalte dein eigenes T-Shirt. Das werde ich tun. Da ich gar keinen Plan habe, was hier abgeht, werde ich jetzt mal ganz frech den Customer Service rufen. Guckt noch nicht, das ist ein Neugeheimnis. Wir müssen das T-Shirt jetzt kaufen und danach werden wir den ganzen Druck prozessieren. Ich bin voll aufgeregt, ich finde es so cool. Jetzt gehen wir wieder zu ihm mit dem Receipt und zeigen ihm, dass wir das gekauft haben. Und dann wird es hoffentlich gedruckt. Die Aufgabe bekommt das einmal an eine E-Mail zu schicken und dann werden die gucken, was geht. Mein Design wird da einfach gerade drauf gedruckt und ihr wisst nicht, wie süß das ist. Ich trage das T-Shirt mit Stolz. Tschüss, ne?